Nein! Ja! Zack, McFloy! Okay, so! Wir ballern wieder weiter, ja? Rembrandt? Wir stehen vor dem nächsten Boss. Wahrscheinlich irgendwie so ein Priester oder Nonnel. Soll ich nochmal Loot schicken, ne? Ja, vielleicht ist es ja hier da der Opa von ihr, der Großvater, der früher da kommen war. Achso, ja klar, den wir suchen, ne? Ich hab ja direkt gesagt, das ist ein Boss. Warte mal, ich hab trotzdem noch Rissen. Okay. Wie an der Decke oder so? Ach, wie? Oh! Oh! Das ist Bran, oder? Wer? Heißt ja nicht so, von Game of Thrones. Wie heißt der? Der Baum, Jure. Ach, wer? Ja. Wonach suchst du? Oh, den war toll, ja. Kannst du das aussuchen? Ich suche den Gründer. Ach, du musst das aussuchen. Nein, wir suchen das war toll! Der ist weg! Der ist weg! Nein! Wir haben noch gar nichts mit dem Scheiß zu tun. Sie werden kommen. Wenn die Bindungen gelöst werden, wirst du schützen und vertrauen. Was sagst du? Fragen. Aber ich kann dir keine Antwort auf das geben, was sie nicht wissen dürfen. Nicht, solange ihre Äste nicht umschliegen. Wir kennen den gesuchten Pat, aber sie dürfen es nicht hören. Du musst uns beschützen, oder kein Wort wird gesprochen. Frag mal, wer das ist! Dieser Körper. Einst ein Kind. Nun jedoch ein Wächter, der auf das Ende des Anfangs wartet, auf eine Prophezeiung. Auf dich. Die Saat wird diesen Kämpfer nicht ohne Kampf aufgenommen. Du musst uns beschützen. Okay, jetzt geht's ab. Kannst du heiligen. Ich mach rechts. Rechts ist gar nichts. Ah, von links komm ich rein. Sag euch, wenn du noch Heilung brauchst. Ja. Okay. Ich bleib bei der Mutter hier hinten. Ist das die Saatmutter? Ich schmeiß mal mein Ulti an. Ah, das ist nicht gefährlich. Ich glaub einer links, einer rechts passt schon ganz gut. Oh, da kommt ein Bogenschütze. Zwei. Nein. Okay. Jetzt muss man ein bisschen Ballern. Ja. 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 Auf die andere Seite. Oh nein. Ach du Scheiße. Brand Moni. Ich mach die Heilung hier bei hinten. Achso. Ja. Ist an. Nein. Du bist grad noch gestorben. Nein. Du bist grad noch gestorben. Boah hinter dir. Entschuldig. Entschuldig. Entschuldig jetzt. Geht sehr gut. Ich will mal ein Gewürz. Ey. Warum schießt du denn gerade nicht? Ich bin tot. Hast du die Heilung? Oh. Sie ist frei. Sie ist frei. Wow. Das hatte ich jetzt schon das zweite oder dritte Mal. Also muss ich mir in der Aufnahme mal anschauen, warum der manchmal einfach nicht schießt. Oh. Dann ist das was ich sehe. Ah. Jetzt kann ich nach dem Atom fragen. Ich habe die Informationen gesucht. Kannst du sie hören? Zuerst. Ich habe die Informationen gesucht. Kannst du sie hören? Ja. Ich traue dir nicht. Ich auch nicht. Woher weißt du das alles? Soll ich sie töten? Die super awkward sind jetzt nicht. Vor allem der Baum wächst aus ihr raus. Wie ist der Baum eigentlich? Mhm. Segen der Mutter. 660 Altmetall bekommen. Top. Das ist unsere Mutti. Ja. Ich glaube wir können neuen Mod bauen. Oh. Ah ne. Das ist eine neue Eigenschaft. Ah. Der macht uns schwächer. Wir stecken weniger am Fernkampf. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Dass die aus der Ferne auch nicht draufballern. Die scheiß Gegner hier. Ach. Verringerter Fernschaden. Jo. Das nehme ich. Ach man ey. Wie ist denn das passiert? Was hast du? Also. Ich habe irgendwas genommen aus Versehen. Äh. Ähm. Wir haben immer noch keinen Tag. Mal. Kein Amulett. Ne. Ich auch nicht. Ah es kommt noch. Lass uns erstmal hier in diesem Bunker. Pet Shop. Ich will das Licht. Nein. Er drückt mich weg. Mann. Wir hätten mal Adrenalin gehen können. Warum? Da müssen wir mal dran denken. Jetzt gerade. Wer muss? Ja. Ja. Hätte eventuell gepasst. Checkpoint. Äh. Ja. Wir müssen eh mal kurz zurück zu der. Zum Commander. Okay. Oder? Ja. Kann sein. Ja. Machs mal. Wir haben ja die Mission erfüllt. Haben wir? Könnt ihr sagen, dass ihr Uropa tot ist. Ihr Großvater tot ist. Achso. Wie gesagt. Aber. Stimmt das? Ja. Stimmt. Stimmt. Egal. Wir geben das jetzt einfach so weiter und dann sind wir raus aus der Sache. Soll ich ja mal ins Gesicht schießen? Ach die ist hier irgendwo die Saatmutter. Wir haben es der Saatmutter so angenehm. Ist das einzige was du zu sagen hast? Wo ist die denn? Niemand kennt die Saat besser als sie. Ja. Wo ist sie denn? Äh. Hier sind Betten. Den Bett hat sie schon mal nicht bekommen. Ah. Sie traut ja auch nicht so wirklich. Ja. Jetzt geht die ja. 1. Was denn? Was denn? Kannst du kommen? Naja man kann mit der sozusagen so handeln. Drachensplitter. Kostet aber 1.000. Erhöht die Anzahl an Ladungen des Drachenherzen um 1. Ja. Ich konnte so viel bei mal. Ah. Können es aber nicht machen, weil erforderliche Materialien. Einmal Lumenkristall. Brauchen wir 10. Haben wir. Und dann aber auch ein Simulacrum. Und das haben wir nicht. Ja. Kannst du ja mal gucken. Ne. Dann war das nur so eine Infobox. Ne. Ich habe es leider nicht. Ach. In dem Ladebildschirm war das glaube ich gerade eben zu sehen. Und dann dachte ich natürlich. Ja. Aber auf jeden Fall. Wenn wir ein Simulacrum haben, dann machen wir das. Ja. Ah. Checkpoint. Checkpoint. Okay. Was ist da? Die Hüter des Labyrinths. Ah. Wir suchen den Hüter des Labyrinths jetzt. Hä? Aber müssen wir nicht hier in den Pet Shop? Ne. Dann kommen wir her. Wir sind doch da durch. Was war denn da drin? Wir sind da durch und dann war der Checkpoint direkt da. Ah. Der Pet Shop, der war daneben. Das habe ich einfach nur vorgelesen. Ach so. Ach so. Wo? Da hinten durch. Ah ja. Vorsicht, der kommt jetzt in die Ecke. hier. Bam. Auf. Hier ist irgendein krasses Team, oder? Ach du Scheiße, das ist irgendein Priester. ein Beschwörer? Oh, hier unten ist ein Beschwörer. Alter, Alter. Was denn jetzt schon wieder? Ich bin tot. Oha. 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 Das ist mir toll, diese. Mhm. Nein, ich bin auch tot. Okay. Okay. Und noch. Oha. Ich halbe unten. Wo? Die draußen. Wer ist das? Hey! Die Bedeckung! Da kommt einer hoch, die Treppe. Oha. Kommt der zu mir? Ja. Hab ich. So, das. Draußen kann man lange. Okay. Aber was passiert? Ah! Oha! Okay, du musst zu mir fahren. Von dir geht's weiter. Ja. 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 Ich bin dran. Ja. 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 Was ist das für ein krasser Team? Was ist das für ein krasser Team? Nice Ich mach nochmal Segen der Mutter Ja, das ist glaube ich gut Weil die Fernangreifer sind richtig Okay, Map, 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 Map Da ist irgendwas am Blinken In diese Richtung, wo ich hier laufe Ja Du bist ja ganz hinten Okay, vielleicht kommen wir mal nach Hier gehts irgendwo rein, ne? Weiß nicht Wollen wir mal reingehen Wir müssen so mit Strahlen Müll angeziehen Aber ihr könnt ja mal reingucken kurz Von uns kriegen wir dann wahrscheinlich auch ein Checkpoint Das kann gut sein, ja Könnte man vielleicht später nochmal besuchen oder so Kann ja einsammeln Vielleicht müssen wir dann irgendwann mal hier hin oder so Ja Wie gesagt Checkpoint kann man, kann man machen, ne? Wie heißt der? Der verstrickte Pass Der verstrickte Pass Weiß ich jetzt nicht Warte mal zurück Kurzen Malure Ähm Wir müssen das Labyrinth tatsächlich finden Ne, den Hüter des Labyrinths Ja, den Hüter, ja An dem Licht das Wasser emittiert Und nach der Sonde greift Finde den Ort, an dem Licht das Wasser emittiert Und nach der Sonde greift Ja, den ist bestimmt nicht hier Nimm mal zurück, oder? Ja, lass mal zurückgehen Die Hüter des Labyrinths finden Das ist gerade eben nicht aufgepockt, oder? Ähm Ja, wir können auf jeden Fall mal links gehen noch Oh Oh Da ist schon wieder der Dicke Der so krass schießt, oder? Boah, wir brauchen irgendwie Decke, oder? Fuck, die sind alle wieder da Heiße Und rechts einer von dir Ja Der ist tot jetzt Oha, der macht richtig Platz Der macht richtig super lange Um zu schießen Oha, gar kein Problem Mach mal kurz nen Heilkreis hier Ja, man muss ja echt wirklich auch ein bisschen mit der Deckung arbeiten, ne? Ja Ja, man darf jetzt immer auf jeden Fall nicht zu leichtsinnig werden Oha, hier Ist ja das hier bei das? Wollen wir auch kurz hier drin lupen? Komm her Komm her Ja Ja, du kommst auf der Rückseite raus dann Ah, da hättest du auch was grünes Ein Öl-Elessiler Oh, ne Kisse Kohle Oh, ne Kisse Oh, hier unten Ich versuche das Oh, nenn Ich versuche das 어디 Ich versuche das Ich versuche das Ich versuche das Hier ist einer drinnen. Hier ist aber noch nichts. Wie der sich über diese Gegenstände drüber rollt und manchmal hat die Bleche eigentlich aus. Das habe ich eben auch schon gedacht. Das sieht ein bisschen komisch aus. Oben. Wie ist das in Deutsch oben auf der Nacht? Der ist reingegangen. Der müsste irgendwo jetzt runterkommen da unten. Ich gehe einfach hoch. Komm mit. Der geht auf jeden Fall. Also der läuft nicht. Die Kiste. Das war ein Fehler meine Ruhe. Das war ein Fehler. Wir können ja rüber gehen. Siehst du denn hier irgendwo Licht, was die Sonne versucht zu küssen? Boah, da sind auf jeden Fall richtig große Bäume da hinten. Ich gehe nicht nach oben. Wie sind die Bäume? Boah. Keine Ahnung. So richtig weiß ich auch nicht. Ich würde auch die ganze Zeit überlegen, was das sein könnte. Irgendwie... Keine Ahnung. So ein Regenbogen würde mir einfallen. Aber warum imitiert er das Wasser? Ich könnte jetzt mal ein Stück zurückgehen und da ein bisschen erkunden. Oder halt... Rechts in der Web ist... Rechts in der Web ist... Ich würde sagen... Da die Mitte gehen und dann runter vielleicht. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass es da weitergeht, aber... Dann können wir gucken. Ich würde halt nicht wissen, wo sonst, ne? Ja. Ja, ja. Oder halt bei diesen neuen... Rechts oben. Ist so ein Zipfel, da geht es noch weiter. Wenn du die Web aufpasst, rechts oben. Ah, ja, ja, ja. Sorry, habe ich nicht gesehen. Aber wir können erst mal hier entscheiden dafür. Ich glaube, wir müssen an dem Bus vorbei. Was ist auf dem Bus hier drauf? Ach so. Wie ein Strommast. Ah, da ist auf jeden Fall auch irgendwie ein Ausgang. Das ist jetzt ja aus, wie der, wo wir herkommen, ne? Aber... Das kann ja nicht sein, oder? Nee, das ist noch nicht. Die Karte war ja doch nicht da. Ja, gucken wir hier auch nochmal, ne? Ja, gucken wir mal rein. Aber das kann jetzt nicht schaden. Ist da ein Boss? Ja, Boss machen wir. Ja, geilen. Wenn ich hier einen Boss nüsse, dann machen wir den. Ja, lass mal auf jeden Fall mal, äh, hier mal reingucken. Dann sind wir hier gut staubt vorüber. Oh. Bah, was bist du? Okay, vielleicht müssen wir das dann kaputt machen. Das ist so ein Baum. Den hat doch hier die Frau geschickt jetzt. Überlebe die Metamorphose. Ich nehm' mir mal so'n Ding, so'n Intrenalin-Ding. Komm her, komm her, komm her, komm her. Böcke? Oh, hier kommt's noch... Explodieren das Ding. Warte, ich mach' mir Heilung. Sehr gut. Boah, auf jeden Fall, die brennen fertig. Ach du Scheiße. Was bist du? Und dahin kommt noch mal so'n großer, wenn da in die Gang... Boah, ich muss noch mal Heilung. Ich mach' direkt noch mal Heilung. Krass. Was? Also, ich geh' auf den Dicken. Okay, ich mach' die kleineren weg. Ah, fuck, ich bin so slow. Boah. Ach Scheiße, ich bin tot, Alter. Ich bin hier ganz hinten in der Ecke. Nein. Nein, ich bin auch tot. Scheiße. Ah, so'n fetter. Hier, bei mir auch. Ich geh' den direkt an. Oh. Ah, ich vergesse immer, dass... der Nachkampf macht ja mal nicht zu. Ich geh' auf den Fetten mit. Nein, ich bin tot. Wo kann mein Herz sehen? Oh, ich auch! Ei, 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 ei. Der ist schon ordentlich hier. Pass auf, wir verlinkst. Der MG-Typ kommt jetzt da gleich. Ja. Ich schätze dann auch die Heilung. Boah, ich bin super low. Ah, fuck! Der Dicke. Boah, man checkt das manchmal gar nicht, dass man angegriffen wird irgendwie. Nein, jetzt hab' ich das Herz genommen! Das gibt es doch nicht, Mann! Ich verdrück' mich die ganze Zeit. Ich wollte diesen Heilkreis machen und hab' mein Herz genommen. Ah, Keckel. Okay. Alter, ja, Mann! Boah, wir müssen weg hier. Alter, ich bin tot! Der, ey, der Ballert so hart ist so stark. Vorsicht, der kommt in die Ecke jetzt. Könntest du mich, glaub ich, ganz gut hier holen? Wenn du die, wenn du die wegmachst? Oh nein, ist noch einer. Nein. Nein! Nein! Oh, da hinten ist der Dicke. Wir können ja ein bisschen, wir können ja ein bisschen umher rumlaufen. Ja. Also er kommt jetzt gerade von da, wo wir gestartet sind. Ja, ich füll' mal meinen, ähm, anderen E1 auf. Dann können wir den nämlich sehen, oder? Ja, das ist sehr gut. Meine Heilung ist vielleicht auch fertig. Sehr gut. Ah, der ist ja da irgendwo. Ah, hier in der Mitte. Oh, schnell weg, schnell weg. Oh, hier ist ein Eckmann hier in der Torre. Hier war zum Anfang. Oh, das ist das ein Puffer. Ich weiß nicht. Mach die Heilung ab. Ich brenne. Ich hab die Säule, die voll ist. Ich muss mal dagegen brennen. Ich hab mich hier gebrennen. Ich hab mich hier gebrennen. Ich hab mich hier gebrennen. Keine Muni mehr. Ich muss ein Herz nehmen. Wie die anderen. Warum geht der nicht hoch? Was? Was ist das für ein Bugvieh? Oh nein, der verschiebt. Der ist ja... Dicke. Wie sieht's mit deiner Heilung aus? Duft dich, duft dich. Duft dich. Hab die angemacht, die Heilung. Drauf. Drauf. Und... Brandmuni, Brandmuni. Er ist tot, oder? Ich hab gar keine Muni mehr, ne? Sechs Schuss für die Schotfelder. Das war's. Ja, schnell aufmammeln hier. Quest abgeschossen. Wow, nice. Herstellen? Oh, die können was herstellen. Kapuze der Feuernis für 300. Ne Club, 4000. Ich glaub, ich hol mir alles, oder? Ich will halt wissen, ob das besser ist als meins. Und man braucht Lumen... Luminitkristalle. Ich denk mal, das ist gut. Ich hol mir das, glaub ich, alles mal. Ja. Ich steck' ich mir alles aus. Sonst auch mal, wenn du willst hier. Ja, schön. Ne Schmiede. Kapuze der Feuernis. Bis zum 15, 37, 20, 30. Ja, es ist schwer, aber... Wie seh' ich aus, wie seh' ich aus? Okay. Hat was? Die Maske sieht kacke aus. Mega Scheiße. Ja, die sind halt viel stärker. Aber auch viel schwerer. Guck mal, du hast... Hast du gesehen, die... Die Z-Bonus, wenn du alle drei hast? Was für'n Bonus dann? Die haben Neubewungs. Regeneriert, langsam Gesundheit, über Zeit. Und wenn du drei Stück hast, ist es plus 0,417. Und Nahkampftreffer stellen die Gesundheit, äh... Erstehlen die Gesundheit von Gegnern. Ja. Mega stark. Ja, ich kauf' das mal alles. Oha. Ich bin super, äh, langsam. Und ich verliere voll schnell meine Ausdauer, weil es halt super schwer ist das Zeug. Ach so, vom Gewicht her, soo... Hä, es sieht gar nicht zu schwer aus, ist so kratsch. Ja, alles hier gelootet? Für irgendwo ne Kiste oder so? Ich guck mal hier, äh, in den Ecken. Naja, man kann ja auch die Küste jetzt beschlagen. Aha, okay. Ja, haben wir das auch geschafft. Ich weiß nicht, war kein richtiger Boss mehr, aber war klackig. Schwerste Stelle bis jetzt für uns. Ja. 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 Ja.